Endlich haben wir Gewissheit, liebe Leute. Es ist soweit. Star Trek Infinite kommt. Wir wissen ein Release-Datum, wir wissen einen Preis. Wir haben einen neuen Trailer und tausende neue Infos. Erstmal rein in den Trailer. Viel Spaß. Allowing you to peacefully grow your faction, monitor the balance of power, gather intelligence, with advanced spying features, customize your traditions, control your planets, and command your armies. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Nennt mich ruhig orakelwohrig, aber ich war richtig beim Release-Termin. Es ist nämlich der 12. Oktober 2023. Dann wird es rauskommen in jetzt Stand 4 Wochen. Und was ich auch richtig vorhergesehen habe, ist der Preis. Der ist nämlich 29,99 für die Standard Edition. Ich habe ja gesagt, ich denke von 0 bis 30 Euro in dieser Range, wenn sie es machen, sie werden nicht drüber hinausgehen für dieses Stellaris Light, nenne ich es mal. Und was sie machen, ist eine Deluxe Edition. Die gibt es für 10 Euro mehr. Und da haben wir so ein paar Goodies, so der Klassiker, sage ich mal. Sowas wie den Soundtrack. Dann haben wir ein Artbook und eine Music DLC. Und zusätzlich noch ein paar In-Game Goodies. Und das finde ich immer geil, wenn sowas auch dabei ist. Wir haben die USS Cerritos als Schiff. Dann haben wir die Kalifornier-Class-Miliformen. Da geht der Trailer los. Dankeschön. Und dann haben wir noch Klingon-Wopek. Jetzt muss man natürlich überlegen, das Ganze, also gerade die ersten beiden, die sind halt nur relevant für einen, wenn man halt wirklich auf Seiten der Föderation spielt. Und bei den Klingonen, beim Klingonen-Wopek, klarerweise bei den Klingonen. Das heißt, die Cardassianer und die Romulaner gehen da ein bisschen leer aus bei den Vorbesteller-Geschichten. Was ich aber sehr, sehr gut finde, einen sehr angenehmen Move, dass dieser Deluxe-Pass nicht gleichbedeutend ist mit früher Spielen. So wie es in letzter Zeit sehr gängig ist bei vielen Spielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Diablo 4 denke, wo man 30 Euro mehr gezahlt hat, dass man glaube ich so vier Tage früher spielen kann, was halt absoluter Cash-Crab ist. Und gut, dass sie das nicht machen. Sehr, sehr positiv. Und was wir uns jetzt anschauen, auf der einen Seite die neuen Screenshots, die es gibt. Und auch noch den Trailer, den haben wir ja schon gesehen. Aber wir werden ihn noch analysieren, Breakdownen und gucken, was uns der jetzt schon verratet. Also wir sind hier erstmal beim Mission Tree zu Gast bei den Cardassianern. Und haben hier oben die Entscheidung, ob wir in Richtung Ideologie gehen wollen oder in Richtung Clean State. Das eine sieht mehr kriegerisch aus. Also denke ich mal, wenn man sich dafür entscheidet, dann kriegt man mehr Kampfstärke. Auf der anderen Seite Richtung Clean State, das sieht mehr so aus, es wird vielleicht die Einigkeit steigen. Es wird vielleicht generell das Imperium ein bisschen wachsen, ein bisschen Nahrungsgewinn oder sowas in diese Richtung reformieren. Wir sehen da, da ist alles sehr grün, während auf der anderen Seite man eher die Phaser sieht. Also kann man sich dann entscheiden, ob man in die eine oder in die andere Richtung geht. Diese Mission Trees gibt es natürlich für alle dieser vier Imperien, die wir spielen können. Also die Klingonen, die Föderation, die Romulaner und die Cardassianer. Und auf Seiten der Föderation haben wir hier zum Beispiel jetzt eine Entscheidung. Entweder wir lassen die Föderation wachsen oder wir empowern die Sektion 31, was auch wieder bedeuten könnte, Föderation wachsen heißt entweder sie wird ein bisschen größer, wir bekommen vielleicht neue Mitglieder, wir bekommen mehr Nahrung, mehr Ressourcen etc. Während Sektion 31 heißen könnte, dass man auch wieder mehr Waffenpower bekommt oder mehr Geheimhaltungs- und Spionage-Boni. Das nächste, was uns im Video gezeigt wird, sind die Boleaner und wir haben gerade mit denen Kontakt. Wir sehen, wir sind sehr freundlich denen gesonnen. Da sind schon alle Balken voll, das heißt die mögen uns, die lieben uns richtig. Die scheinen 20 Leute zu sein und scheinen einen Planeten zu haben. Und sie scheinen so forschungsgeil zu sein, sage ich mal, weil wenn ich diese Traits hier sehe, dann scheinen die Boleaner sehr auf Forschung fixiert zu sein. Die mögen uns, wie gesagt, sie haben mit uns ein Forschungsabkommen, sie haben offene Grenzen und wir können auf der rechten Seite jetzt verschiedene Sachen machen, zum Beispiel die Beziehungen noch mehr verbessern, ihnen den Krieg erklären, die Grenzen schließen, eine Mission requesten, also sagen, bitte gebt uns irgendwas und wir machen das für euch oder den Integrationsprozess erbitten. In dem Fall entscheiden wir uns für die Mission und das ist dann klarerweise so, wenn die Mission erfolgreich ist, dann mögen uns die mehr, wenn es scheitert, dann können sie uns wahrscheinlich nicht so gerne leiden. Und da sehen wir dann auch schon die Mission, wir fliegen hier mit einem Föderationsschiff in Richtung dieses, ich tippe mal, gestrandeten Wracks und müssen das vielleicht analysieren. Vielleicht müssen wir auch gegen ein Schiff kämpfen, vielleicht müssen wir da irgendwelche Ressourcen bergen. Das dauert einen gewissen Prozess, eine gewisse Zeit und dann ist diese Mission entweder erfolgreich oder eben negativ. Das nächste, was wir sehen, sind die Idania und die haben auch so richtig Bock auf uns. Da sehen wir auch, die sind uns richtig freundlich gesonnen. Sieht so aus, als wären die so Nahrungs-Dudes. Sie haben schicke Umhänge und diese klassischen TNG-Stirnen, wo sich jedes Elend durch die andere Stirn unterscheidet. Hier haben wir auch die Möglichkeit, die Grenzen zu schließen, ihnen ein Geschenk zu machen, eine Mission zu requesten oder den Integrationsprozess zu starten. Und das werden wir jetzt auch gleich machen. Wenn wir da weiterlaufen lassen, sehen wir, die Idana verschwinden von der Chalaxie-Karte und werden Mitglied der Föderation. Der nächste Screen bringt uns dann schon zum Ende vom Spiel von so einer Partie und in dem Fall haben die Homulaner gewonnen. Victory, sehr, sehr cool. Dann haben wir die Föderation, die Kratosianer und die Klingonen auf dem letzten Platz. Die anderen sind die Ktarianer, die Ilianer, Pelthan, Tunugan und die Lissepianer. Was wir auch unten links sehen, ist das Datum. Nämlich offenbar endet das Spiel hier im Jahr 2646. Aber man kann das hoffentlich einstellen und kann dann sagen, man würde gerne noch ein bisschen länger spielen und kann wahrscheinlich auch verschiedene Siegkonditionen einstellen, wie auch Bestellaris. Und kann sagen, man gewinnt, wenn man das größte Heer hat oder wenn man die beste Forschung hat oder wenn man das einzig überlebende Volk ist und kann das wahrscheinlich noch so ein bisschen customisen. Hier sehen wir die globale Tension, also inwiefern sich die Völker lieben und hassen. Und da sind offenbar ein paar Anomisitäten entstanden, weil eine Spionmission entdeckt worden ist. Die ist aufgeflogen und dann ist man darauf gekommen, öha, da möchte ja die Föderation bei uns spionieren. Und das findet man dann wahrscheinlich nicht ganz so toll. Im letzten Video sind wir ja schon auf den Scale eingegangen. Und da sieht man auch hier wieder ganz deutlich, dass Star Trek Infinite kleinere Brötchen backt, was jetzt so diesen Scale und diese Macht betrifft, sage ich mal. Wenn wir hier bei den Klingonen sehen, da gibt es eine Sternbasis von Level 2 und die hat gerade mal eine Stärke von 321. Ihr habt in den Kommentaren geschrieben, dass es realistischer ist, dass der Scale kleiner ist. Aber nichtsdestotrotz wird es erstmal ein Ungewöhn sein von den massiven Stellaris-Zahlen bis hin zu den eher kleineren Zahlen hier von Star Trek Infinite. Unten links sehen wir, dass wir gerade die Romulaner steuern und hier bei den Klingonen zu Gast sind. Die Romulaner haben hier ein eigenes Spionageschiff. Das kenne ich auch nicht von Stellaris, von der Star Trek Mod. Ist mir nie untergekommen, dass es auch Spionageschiffe gibt. Aber falls ja, schreibt es mir das gerne rein in die Kommentare. Ich habe nur Erfahrung mit dominanten 8472, die alles niedermetzeln. Die brauchen keine Spionage. Aber ja, gerne in die Kommentare rein. Auf jeden Fall gucken sich die gerade den Kornos an, die Heimatwelt von den Klingonen. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, entweder ihren Orbit zu betreten, wie in Stellaris. Dann eine Propaganda und die scheint zu 80% erfolgreich zu sein, wenn man das macht. Dann könnte man Baupläne stehen, auch zu 80%. Symphon Energy, also wahrscheinlich Energie extrahieren. Und dann haben wir noch eine Smear Campaign, quasi die Klingonen so ein bisschen in den Dreck ziehen. Das hier könnte jetzt der Planet Kornos von nahe sein. Da hinten explodiert gerade irgendein Mond. Und hier fliegt gerade so ein schöner romulanischer Warbird rein. Und er öffnet eine neue Mission. Hier geht es darum, Kornos zu infiltrieren. Und dieses Fenster kennen wir auch schon von Stellaris. Ich denke jetzt zum Beispiel an dieses negative Ereignis, dass man Ressourcenknappheit hat. Und da gibt es so verschiedene Stages. Und wenn die letzte voll ist, dann ist es ganz übel. Dann gibt es irgendwie Bagrod von Start. Und die ganzen Raumschiffe wären nur noch halb so wertvoll. Das heißt, da möchte man eher nicht hinkommen. Hier bei Infinite schaut das sehr positiv aus. Also wenn wir dann hier beim vierten Punkt sind, dann haben wir offenbar Kornos erfolgreich infiltriert. Dafür steht uns eine gewisse Zeit zur Verfügung, um das erfolgreich zu schaffen. Und wir haben verschiedene Herangehensweisen. Entweder eine sehr schnelle, eine moderate oder eine langsame. Und zwischendrin gibt es so Timelines typisch, Dilemmas, wo man dann irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Und wenn jetzt irgendwas schief geht, in dem Fall zum Beispiel, gibt es einen Equipmentfehler. Und man kann dann sagen, okay, lass es bleiben oder mach trotzdem weiter. Und dann kommt eben ein anderer Outcome raus. Hier sehen wir dann die Traditionen. Die kennen wir auch schon von Stellaris. Ich glaube, da gibt es auch so fünf Traditionen, die man wählen kann, um sein Reich so ein bisschen zu customisen. Und genauso wie bei Stellaris gibt es auch hier Traditionen, die sich gegenseitig bekriegen und wo man nur die einen nehmen kann. Also man kann entweder in Richtung Entwicklung gehen oder in Richtung Forschung. Oder man geht in Richtung Wohlstand oder in Richtung Krieg. Als nächstes sehen wir das Planetenmanagement. Und da gab es ja schon einen Screenshot, den wir analysiert haben. Und es scheint wirklich so zu sein, wie ich beim letzten Mal gesagt habe. Also wir haben hier auf der linken Seite die Möglichkeit, den Fokus einzustellen für einen Planeten. Zum Beispiel soll er in Richtung Nahrungsmittelproduktion gehen? Soll er in Richtung Materialproduktion gehen? Oder in Richtung Forschung? Das hier könnte Wohlstand da unten sein. Dann hat man die Möglichkeit, das zu automatisieren und zu sagen, okay, ich kümmere mich darum. Ich möchte das selber machen. Oder mir ist es völlig egal. Mach, was du glaubst. Und das erfolgt dann alles automatisch. Da haben wir dann nochmal die Zusammenfassung. Was man denn da so rausbekommt. Was auf der Haben- und auf der Sollseite ist. Und auf der rechten Seite haben wir dann nochmal auf der anderen Seite die Blocker, die uns daran hindern, Gebäude zu bauen. Und außerdem sehen wir die ganzen Gebäude, die wir gebaut haben. Und dann eventuell noch Subboni von bestimmten Planeten. Ob die jetzt besonders reichhaltig sind oder ob die, was weiß ich, karg sind zum Beispiel. Hier wird gefightet die Kadassianer gegen die Föderation und es sieht so aus, als würden die Verteidiger, nämlich die Föderation, gewinnen. Mit dem Pfeil hier sehen wir, es geht gerade in Richtung Föderation. Und offenbar, wenn eine Stage gefinisht ist, also wenn man jetzt auf die Stage 2 kommt, wenn es die Föderation schafft, richtig zu verteidigen, dann gibt es wieder einen bestimmten Bonus. Das sieht doch wieder gut aus für die Kadassianer, denn sie haben ein Schiff gefangen genommen, ein ziviles Schiff. Aber die Kadassianer sagen, nein, nein, das ist bestimmt kein ziviles Schiff, das sind bestimmt Spione. Und das wird sicher den Krieg nochmal ein bisschen mehr anheizen. Und da haben wir die Serie 2. Das ist dieser Vorbestellerbonus. Wir sehen dann nochmal die California Class Uniforms und Klingon Wopack. Sehr schön. Das war der Trailer. Dann kommen wir doch mal zu den Screenshots, die wir auf Steam neu dabei haben. Wir sind hier zu Gast bei den Klingonen und wollen gerade Connors indoktrinieren. Das heißt ideologisch beeinflussen. Und bekommen dann offenbar so ein bisschen mehr Einigkeit. Schreibt übrigens gerne in die Kommentare, was ihr hier vermutet, was das hier sein soll bei der Sternenbasis. Sieht so ein bisschen nach Modulen aus für mich. Auf der anderen Seite vielleicht so ein Kriegsmodul, wo man vielleicht mehr Waffenreichweite hat. Hier vielleicht so ein Forschungsmodul. Und was das sein soll mit diesen blauen und diesen grünen Balken. Das sieht nämlich sehr interessant aus auf jeden Fall. Nun zu Gast bei den Kadassianern und die fliegen einfach von A nach B. Interessant, was das hier sein soll. Keine Ahnung. Das sind keine Grenzen. Vielleicht ist es sowas wie die Lautstärke. Inwiefern Leute das mitbekommen, dass hier ein Schiff sich bewegt. Bin ich schon mal sehr gespannt, was das bedeutet. Im Reich der Kadassianer gibt es offenbar verschiedene Spezies. Wir haben hier zwölf Andorianer. Dann haben wir vier Bajoraner. Die haben kein gutes Leben wahrscheinlich. Dann Hauptteil sind die Kadassianer mit 47 Leuten und dann noch acht Teleriten. Und wir haben hier verschiedene Traits von denen. Also die Bajoraner sind wahrscheinlich spirituell. Geben vielleicht mehr in Richtung Wissenschaft. Wohingegen die Kadassianer dann eher kriegerischer sind. Und da dann Boni geben. Zum Beispiel, wenn man irgendwo landen möchte. Oder irgendwo in den Krieg zieht. Und hier kann man einstellen, wie man die treaten möchte. Sprich mit sanfter Hand eher. Oder mit harter Hand. Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder zu Revolten und Aufständen führen. Die Traditionen haben wir uns schon angeschaut. Die Traditionen, die sich gegenüberstehen. Und wo man dann sagen kann, entweder man nimmt die eine oder die andere. Je nachdem, ob man Bock hat, eher kriegerischer zu spielen. Oder eher Richtung Wachstum. Oder eher diplomatisch. Oder Richtung Forschung. Da sind einem, glaube ich, dann alle Grenzen geöffnet. Die Klingonen nähern sich gerade den Kadarianern an. Und wollen gerade eine Mission für sie machen. Die müssen sich noch ein bisschen annähern. Weil die sind auf dem schlechtesten Level aktuell. Weil da geht gerade nicht so viel. Jedenfalls fordern die gerade eine Mission an. Und offenbar muss man 600 Credits haben, um diese Mission anzunehmen. Und wir haben hier 1,7k. Empire Score hat man schon angeschaut. Das ist übrigens ein sehr impressive Wormhole. Sieht sehr cool aus. Hier haben wir die Tensions. Auch die haben wir uns schon angeschaut. Was alles positiv und negativ ist. Diesen Screenshot haben wir beim letzten Mal schon analysiert. Also wer da ins Detail gehen möchte, guckt euch das letzte Video an. Das habe ich eh erst vor einer Woche oder zwei Wochen gemacht. Also die waren gut dabei. Die haben wahrscheinlich gesehen, dass da jetzt in letzter Zeit auch von Steam einiges reinkam. In Richtung, meldet euch mal wieder, liebe Entwickler. Dann habe ich noch das Video rausgehauen. Und jetzt haben sie sich zum Glück endlich mal wieder gemeldet. Und da ein neues Lebenszeichen von sich gegeben. Hier sehe ich übrigens was, was neu ins Spiel kam. Weil beim letzten Mal haben wir es ja analysiert, dass die Planeten-Summary und die Jobs da waren. Da gab es noch keine Population und noch keine Armies. Da habe ich ja gesagt, das ist so der Unterschied offenbar zu Stellaris. Aber sie haben es einfach noch nicht ready gehabt offenbar und bringen das jetzt noch mit rein. Und hier sieht man dann auch wieder, wie die Population sich denn auf Androff 3 gestaltet. Auf dem Planeten haben wir sieben loyale Bürger. Zwei, die genau das Gegenteil sind. Und 27, die so ein bisschen dazwischen sind. So die Schweiz, kann man mal sagen. Die sich dann noch nicht entschieden haben, auf welche Seite sie tendieren. Da sind wir wieder auf Seiten der Föderation. Sieht man ganz gut am Outliner, der hier schön in blau gehüllt ist. Und wir sehen auch hier wieder die Schiffe und den kleinen Scale. Hier haben wir 20 von 20 Schiffen. Und wir kommen gerade mal auf 650 Stärke. Und lasst Miranda den Sevilla, denn hier haben wir nur Miranda Klassen in dieser Flotte. Das schaut doch sehr geil aus. Ich liebe das immer, wenn man die Enterprise so von hinten sieht, wie sie gerade auf irgendwas zufliegt. Sieht echt nice, auch die Beleuchtungseffekte hier richtig schön. Und wir haben hier Trümmer. Wir können entweder die studieren oder neutralisieren und draufballern. Der Schiffsdesigner darf natürlich auch wieder nicht fehlen. Wie in Stellaris gibt es denn hier auch wieder. Und wir sind hier zu Gast bei den Romulanern. Die haben ja eindeutig die schönsten Schiffe. Und die kann man hier noch selbst customizen und verschiedene Parts hinzufügen. Möchten wir zum Beispiel in Richtung Kampfstärke gehen? Möchten wir eher in Richtung Panzerung gehen? Möchten wir vielleicht eine Tarnvorrichtung einbauen? Oder wiederum einen ganz anderen Approach wählen? Oh mein Gott, es ist zurück. Ich hatte gehofft, dass sie das nicht machen. Aber sie gehen wieder in Richtung von diesem komischen Stellaris-Job-Modell. Und man kann hier wieder sagen, wer welchen Job einnehmen soll. Anstelle, dass man das einfach automatisieren kann. Zumindest hoffe ich, dass man das doch irgendwie automatisieren kann. Dass man da einfach diesen Button drückt und der automatisiert. Dann nicht nur die Bauten, sondern auch die Jobs. Weil das ist so mühsam in meinen Augen. Und den letzten Screenshot, den kennen wir auch schon. Über den sind wir auch schon drüber gegangen. Und haben uns das schon im letzten Video breit analysiert. So, das soll es gewesen sein. Dann fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Es kommt raus am 12. Oktober. Man kann es vorbestellen auf Steam. Kostet 29,99 Euro regulär. Oder ein Zehner mehr, wenn man dann noch ein paar Goodies haben möchte. Wie ein Schiff, die Uniformen und Special bei den Klingonen. Und ich freue mich schon mega darauf. Und ich glaube, das wird das zweite Spiel meiner gesamten Spielerlaufbahn. Was ich vorbestellen werde. Und was wir uns natürlich gemeinsam anschauen werden. Also freut sich schon darauf. Ich bin schon mega hyped. Auch wenn viele sagen, es wirkt wie Stellaris. Ich freue mich trotzdem. Als Star Trek Fan muss das einfach sein. Und Stellaris, ich habe so einen Spaß mit der New Horizon Mod. Ich glaube, Star Trek Infinite wird auch cool. Kann ich mir echt gut vorstellen. Ich glaube nach wie vor, dass sie mit DSCs arbeiten werden. Weil im Moment gibt es ja nur diese vier Völker zum Auswählen. Und könnte man wirklich vorstellen. Dann kommen einfach diese DSC Packs zu. Naja, da sie jetzt schon mit 30 Euro Preisen. Machen sie vielleicht an die DSCs 5 Euro. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie 10 Euro DSCs raushauen. Wo sie dann einfach, was weiß ich, ein Package mit Ferengis machen. Ein Package mit, you name it. Mit jedem Volk. Was man sich so vorstellen kann. Und da seid ihr natürlich gefragt. Was wollt ihr denn für ein DSC haben? Schreibt es gerne rein in die Kommentare. Na gut, dann bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Entwickler sind jetzt ein bisschen aktiver. Sie haben jetzt noch circa vier Wochen, bis das Spiel released wird. Hoffentlich hauen sie noch ein paar Update-Videos raus. Sodass wir noch ein bisschen mehr eintauchen können. In die Materie. Den Hype so richtig schnüren. Und dann loslegen am 12. Oktober. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe ihr auch. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.